Die BBS ist eine Währungsstahlfirma, die Baustahlmatten herstellt. Wir machen Betonstahlprodukte, Baustahlmatten, Coils. Wir sind Weiterverarbeiter, das heißt von unserem Stahlwerk zum Beispiel aus Kehl wird das sogenannte Vormaterial geliefert. Das ist das, was man auf den Zügen dann hier kommen sieht. Meine Tätigkeiten sind als Maschinenbediener bedient von Schweißmaschinen, Radzieher, Radzuganlagen, entweder Überkopfanlagen oder wie jetzt die anderen für Bewährungsdraht und Wehr. Hier lerne ich halt, wie es an den Maschinen zu arbeiten geht, wie man die Teile repariert und wie man das halt am schnellsten und am besten machen kann. Wir haben auch drei Schichten. Wir arbeiten früh, spät, nachts. Es passiert jeden Tag was anderes. Man arbeitet nicht immer jeden Tag das Gleiche. Man hat viel Spaß. Mein Kollege ist sehr freundschaftlich, fast familiär. Die sind schon bei einem da, wenn ich Hilfe brauche. Ich finde den Betrieb schön. Ich finde auch, was die hier machen, interessant. Wenn euch dieses Zusag, was ihr gerade gehört habt, dann meldet euch bei uns.